Für FIFA 17, Together. Ich spiele gegen den Frankfurt im DFB-Pokal. Ist nicht witzig, Maren. Wissen nicht richtig, ob ich fast sie kriegen. Ich weiß nicht, hab ich nicht versprochen. Ist ja auch richtig. Das letzte Spiel, da hat Jonović echt mal gut gespielt. Das erste Mal. Wie nicht gut gespielt. Bevor war ich scheiße. Oh, ich hätte Beiß da grad nicht reintun sollen. Oh, nein. Er kann auch nicht mehr als. Ja, genau. Wie schnell ist denn der? So ausdorben, 65 oder nicht? Wie alt bist du denn? Also 59 können besser sein. Wie schnell bist du? So, Antritt. 80. 89 Antritt! 90. 40. 50. 95. 41. 40 41. 41. 42. 42. 44. 43. 43. 44. 44. Aber das ist leider gesichert. Der ist nicht der Mann. Ist der der Alter? Oh, Alter, jetzt lacht's hier. Das ist nicht der Mann. die meisten schlichte schnell drüber rein nachgesitzt absolut besser von denen guck mal der hat auch Fuß Spezialbewehrung 5 Sterne der Schnellspiel wie schnell ist der Echner? die sind sehr froh, die sind sehr schlecht ich bin eher so ein besseres hier 66 glaube ich ja, das ist auch Dribbeling jetzt kann ich auch rein der ist auch nicht lang lang ah, ich hab ja einen auf dem Spiel die sind ja in den der Frau kann ja auch spielen oh Mann, ich hab kein für in, ist ja etwa scheiße in der Ferne? nein ehemaliger ich tu mal bei den Schnell dran das ist jetzt gefährlich aber ich tu mir das mal rein Ne, ne. Start. Ne. Erst paar Hartschen-Tüfe sind ja. Ich meine jetzt noch was gefährlich ist. Was sehr gefährlich ist. Der hätte ich auch für einen Tor noch beitragen. Ne. Den hätte ich noch nie drin. Ne. Den hätte ich noch nie drin. Ne. Der hätte da gespielt, aber der hätte kein Tor gemacht. Der hätte einen Tor gemacht. Der war wohl nix, ne. Nein. Ernsthaft jetzt? Boah, ist so schlecht. Ich pass lieber. Sie sagen Papa. Der war sogar drin. Er hat nicht gezählt. Ich habe es so... Du bist hier dran, Mann. Aber ich muss mal rein. Was? Sie schießt überall rein? Ja. Reinpassen geht nicht. Boah, manchmal schon. Wie hat den? Wie hat den? Wie hat den. Oh gut, das war jetzt Glück mit reingegangen. Noch mal. Ich hab den Film gut, einfach links. Danke. Hat nicht gezählt. Die Menschen zählen hier aber ziemlich komisch. Kann pass ich halt in mir grad? Nix da. Füßen bei mir. Oh, danke. Mann, ich kann mich von da schießen. Es geht nicht, Max. Müsste mal klapieren. Das ist ja einfach mal so. Ja, knappe Sache, das 1 zu 0, aber ich... Und da auch schon das erste Foul. Freistoß. Nee, geht nicht. Er sieht die gelbe Karte, so früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da gibt's kein Verton, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Da geht die Mauer noch ein Stück vor. Na, ob sich das jetzt gelohnt hat? Sie wollten den Abstand verkürzen, aber nicht mit dem Unterteischen. Das ist eine Regel... Hä? Wie ist denn Karte dafür gekriegt? Ich habe keine Karte. Wie lange hast du denn mit sowas keine Karte gekriegt? Hä? Verstoß und das gibt dann auch zu Recht gelb. Marco jetzt. Das könnte gefährlich werden. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Flum. Das ist die Möglichkeit. Schießt er ihn rein. Holtby. Ja Marvin, müssen von ausgehen. Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt zieht er durch. Und er schießt. Da passt der Tote auf. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Da war er noch dran. Fabian. Boah, halte ich nur den Tote, ja? Tut einig. Wird das seine Torchance? Fabian! Boah, Fabian. Ich habe nur einschliffen. Was spürt denn denn den Siegner? Da war er noch dran. Vorher ist er. Freistoß! Und wenn er Pech hat, fliegt er jetzt... Toll. Verletzt. Baldschmidt. Dreg mal verletzt. Super. Dann riechst das alles rein. Ja. Hast du den Kopf versteigen? Ja, wer? Ja, klar. Du musst. Marvin. Willst du mir mal zeigen? 83. 1,80. Wollen wir mal zu sagen oder so? Brunker. Sprungkraft ist ja nicht gut, man hat 77 Sprungkraft. Zoll Marvin, du bist so ein richtiger Wichster. Weißt du das eigentlich? Zoll, waldschmidt. Echt mal gespielt kurz, ey. Direkt verletzt, ey. Ja, kein Autor. Das ist so... Nein, ich tue gut dran, das müsste reichen. Oh, der kann auch sogar... Kopf. Tu ich mal rein. Jetzt vom Platz. Ah, ja, ja, der ist schon... Flum... Jetzt haben sie den Ball verloren. Nikolai Müller Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner durch das Tor Da trennt er ihn vom Ball Ich bin nicht sorgt, da kann er wussten Flanke kommt, wird das eine Chance Bobby Wohl Phänomenal, ohne Worte Er ist seinen Entplanen auf und schockt er die Bude Da hat sich der Wechsel gelohnt Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung Ja, da konnte er ja fast nicht anders als hier zu treffen Die Ereingabe perfekt, wunderbar anzusehen Ein klassischer Treffer per Kopf, den wir uns hier nochmal anschauen dürfen Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen Sie sind jetzt also in Führung 1-0 Wird's jetzt gefährlich Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball Da trennt er ihn fair vom Ball Holtby Gibt's jetzt die Gelegenheit Gut gemacht da draußen Abwehr hat er aufgepasst Und es gibt Abstoß Das war einfach Und er hat den Ball Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen Ich weiß nicht Der Schuss hier wohl eher die falsche Entscheidung Jetzt ist völlig überhastet Ich denke, das Zuspiel wäre besser gewesen Und der Ball geht ja meilenweit vorbei Jetzt könnte es gefährlich werden Und er geht am Gegenspieler vorbei Gute Flanke, auch stark vom Abwehrspieler Er versucht's Den hat er wohl nicht richtig getroffen Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei Gutes Stück vorbei ist schon so nicht Das könnte die Chance werden Sauber vom Ball getrennt hier Boah, nur weil getrennt ist, ich habe ihn gesehen Und deswegen habe ich einen Ball Ostschulek Boah, er kann mich nicht mehr aufhören Tolle Flanke Ja, nicht Bobby Wold Kein weiteres Tor für ihn Also zumindest in der Szene nicht Und so langsam entwickelt sich ein Duell Zwischen dem Spieler und dem Torwart Letzterer diesmal mit dem besseren Ende Hier wurde auch voll Das war ein Foul, Freistoß gegen den HSV Wichtig, dass er hier an den Ball kommt Jetzt wird's gefährlich Super Einsatz, er holt den Ball Jetzt ist der Angriff doch gestorbt Der Gegner hat den Ball Dem Rasen macht der Regen heute nix aus Da gibt's ja mittlerweile Mittel und Wege Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen Gilt aber für alle Akteure Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen Und wenn wir jetzt 1-1 gewissen können Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg Wird das eine gute Chance? Gut geklärt, aber Einwurf Klasse Technik Fabian Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor Und da ist er vorbei am Verteil Alex Meier Der Ball geht ins Tor aus Das war knapp Es gibt Ecke, vielleicht eine gute Chance auf den Ausgleich Zu mir, wollte ich mir versuchen, oder? Der hat mir nie gespielt Der hat mir nie gespielt Soll man mich aufgeregt bekommen, oder? Chandler Warte Nein, das habe ich auch nicht bewahrt